Ich zeige euch heute, wie aus einer normalen Orange eine wunderbare Weihnachtsdeko wird. Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Zum Orangenritzen brauchen wir natürlich Orangen. Die sollen eine feste Schale noch haben. Also sie dürfen nicht viel nachgeben, wenn man hineindrückt. Also je frischer die Orange, umso besser. Es geht genauso gut mit Zitronen und Limetten und der Hammer. Wenn ihr selbst ein Zitronenbäumchen daheim habt, dann ist das sowieso der absolute Wahnsinn. Denn dann könnt ihr die genauso verwenden und die stammen von eurem Garten. Das allerwichtigste Werkzeug ist ein Zisseliermesser. Wenn ihr so etwas noch nicht habt, der Link, wo ihr das bekommt, ist in der Videobeschreibung. Ja, jetzt fangen wir an. Wenn ihr so etwas noch nie gemacht habt, dann fangt mit ganz einfachen Mustern an. Zum Beispiel, das ist das obere von der Orange und das das untere und immer von oben beginnen. Jetzt machen wir nur einmal ganz normale Streifen so hinunter. Nicht zu fest andrücken, damit die weiße Haut unterhalb nicht verletzt wird. Das ist ganz wichtig. Jetzt fangen wir mal an. Und schneiden bis zum unteren Ende. Und die weiße Haut, da muss man wirklich darauf achten, dass die nicht verletzt wird. Denn wenn die Orange trocknet, dann springt die Haut. Und dann sieht man das Fleisch darunter. Und das schaut erstens nicht schön aus. Und zweitens, wenn man die Orangen lange aufhebt, kann sein, dass da Motten hineinkommen. Also da muss man wirklich aufpassen. So, und jetzt fangen wir an, die zweite Rille zu machen. Und immer ein bisschen mit dem Finger dagegen drücken und mit der Hand auch ein bisschen. Die nächste Rille. Und immer schauen, dass man zum unteren Punkt kommt. Jetzt probieren wir ein bisschen was Schwierigeres. Und das habe ich noch vergessen zu sagen, der Stielansatz da oben, der Knubbel, der gehört immer weg. So, und jetzt fahren wir da herum, den ganzen Kreis entlang, bis er sich wieder schließt. Ihr könnt zum Beispiel das auch vorzeichnen mit einem Stift. Ich mache es nie so, denn mit dem Vorzeichnen weiß ich nicht, ob ich euch da leichter tue. Ihr müsst es einfach probieren. So, fangen wir da an. Jetzt machen wir wieder einen Kreis und gehen mit der Orange immer so ein bisschen, geben immer ein bisschen nach. Und jetzt schauen wir einmal, wo ist der Anfang, dass wir da ja zusammenkommen. So, und jetzt schließen wir den Kreis. Und jetzt machen wir wieder solche Strahlen bis zur Mitte. Und immer schauen, da unten muss immer ein bisschen breiter sein wie oben. Ist ja klar, weil oben wird es immer wie schmäler. Ich mache zuerst immer die Basis, so wie wir es jetzt gemacht haben. Denn dann kann man mit jedem Muster gut weitermachen. Jetzt werden wir mal nur so kleine Bogen machen. Wieder von da weg. Und immer mit Gefühl. Nie zu fest, dass man ja nicht die untere weiße Haut verletzt. Und immer ein bisschen mit Gegendruck. Und jetzt kommen wir zum Ende. Da schaue ich immer, wie geht sich das jetzt mit dem Muster aus? Geht sich das jetzt einmal noch aus? Oder soll ich zwei Bögen machen? Nein, wir werden einen Bogen machen und den ein bisschen größer. So. So, und jetzt können wir die Halbkreise noch einmal nachziehen. Wenn ihr noch nicht so gut geübt seid beim Ritzen der Orangen, dann beenden wir jetzt das Muster, indem wir von dem Spitz bis zum unteren Ende durchfahren. Und mit der Zitrone geht es ganz gleich. Dann machen wir wieder einen Kreis um die Zitrone herum. Schauen wieder, wo das Ende ist. So. Und dann machen wir wieder bis zum oberen Mittelpunkt. Lauter Streifen. Und wir machen lauter Kreise um die Zitrone. Und wiederum achten, dass man die weiße Haut ja nicht beschädigt. Und jetzt machen wir wieder gerade Striche bis zum unteren Mittelpunkt. So, und die Zitrone wäre fertig. Jetzt braucht ihr die Orange und die Zitrone nur an einem warmen Ort trocknen lassen. Das dauert sicher einige Wochen. Und bis sie ganz trocken sind, vergehen mindestens einige Monate. Und mit den getrockneten Orangen kann man super Dinge machen. Die Zitronenschalen und die Orangenschalen, die kann man ganz prima trocknen. Und dann verwendet man sie zum Beispiel für ein Teelicht. Da gibt man einige Zitronenschalen oder Orangenschalen hinein. Und das riecht hervorragend. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Da braucht ihr nur die trockenen Zitronenschalen ein bisschen zerbröseln und einfach hier herumlegen. Oder in ein Teelicht geben, wie ihr das eben möchtet. Das Besondere bei den geritzten Orangen ist, dass man die jahrelang verwenden kann. Ich habe hier zum Beispiel Orangen. Die habe ich aufgefädelt mit einer Schnur. Und die sind mindestens schon zehn Jahre alt. Ich meine, die Farbe verblasst zwar ein bisschen, aber man kann sie noch immer verwenden. Und hier zeige ich euch noch, wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr zu tief ritzt, dann springt die weiße Haut auf und man sieht das Fruchtfleisch. Und das sieht nicht schön aus. Wenn ihr auch Orangen oder Zitronen mit einem Band möchtet, damit man sie aufhängen kann, dann müsst ihr bei der Orange unten, wo der Knubbel ist, ein Loch bohren. Und da oben bei dem Stielansatz auch. Und das geht recht schwer. Das ist ziemlich hart. Da braucht ihr unbedingt einen Bohrer. So, die Löcher sind gebohrt. Und jetzt braucht ihr eine Webnadel, die ist ziemlich lang und auch dick. Und ihr müsst da ein bisschen herumprobieren, denn das Gerüst vom Orangenfleisch ist ziemlich stabil noch. Da müsst ihr das ein bisschen durchstoßen und dann kommt ihr locker mit der Nadel durch. Jetzt fädeln wir das Band ein und ziehen das Band oder die Schnur, was ihr eben habt, durch. Das geht am Anfang ein bisschen schwierig. So, jetzt müsst ihr unbedingt unten einen großen Knoten machen, damit der Faden nicht wieder durchgeht oder das Band. So, jetzt schauen wir mal. Ziehen wir an, vorsichtig. Ja, der Knoten hält. Das Stückchen schneiden wir weg. So, und die Orange ist fertig zum Weiterbasteln. Ich könnte da auch noch eine Holzkugel oder mehrere Kugel oder eine Tonkugel, wie ihr es eben gerne möchtet. Und was man jetzt aus den Orangen oder Zitronen am Band alles machen kann, das zeige ich euch jetzt. Hier bei dem Gebilde habe ich einen Blauregenring geflochten, dann mit Efeu umwickelt, damit ein bisschen was Grünes ist, einen Tonstern daran hängt und hier unten habe ich mehrere solche Orangen mit den Bändern zusammengefasst, einen Knoten gemacht, so wie hier jetzt, das zeige ich nur kurz, und einfach so dann befestigt und die Schlaufen da vorne lassen. Und ich finde, es schaut hübsch aus. Hier sieht man es gut, welche Muster man alles verwenden kann. Eine tolle Wirkung erzielt man auch, wenn man die Orangen eigentlich nur so hinlegt, um eine Kerze, um einen Kerzenständer, um eine Schüssel, wie man es eben mag. Und hier noch eine kleine Gestaltungsform mit der Orange als Höhepunkt. Nur so nebenbei, wenn ihr schnell ein Mitbringsel braucht, dann ist das ganz fix gemacht, einfach einen Efeu-Zweig herumwinden zu einem Kreis und eine geritzte Orange dranhängen. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video Lust bekommen, selbst Orangen und Zitronen zu ritzen. Vielleicht habt ihr auch Kinder, das wäre eine gute Möglichkeit, in der Adventzeit mit Kindern zu basteln. Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert ihn und ich wünsche euch eine ganz besinnliche Adventzeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.